Guten Morgen Guten Morgen Auf jeden Fall, heute wird es so sein, dass ich heute zur Post gehe Ich werde heute jetzt nicht so viel filmen können, weil es so ein bisschen stressig abläuft Aber wir werden zusammen zur Post gehen, dann werden wir später noch, also ich werde noch zum Training gehen Dann werde ich noch euch mal zeigen, was bedeutet Filmmaking und wie würde ich damit anfangen, wenn ich YouTube machen möchte Das heißt, heute wird ganz cool, auf jeden Fall, peace out Oh, das ist der Ring Und der ist leider einfach zu klein angekommen Das heißt, wir müssen den nochmal zurücksenden Und abgesehen davon hat er überall irgendwie Macken und sowas Deswegen muss ich das auch zu Post bringen Ich muss es aber erst mal einpacken jetzt Ich sage mal, wir bereiten uns jetzt vor Weil ich muss später ja meinen Kurs geben in der Crea Mache ich mich auf Finish jetzt Oh Gott, bin ich kaputt Hallo Was geht ab? Steve hier Wir Ihr Und ich Sind Ein Traumpaar Leg die Kamera Mal Auf Den Du musst Flur Und Esse Ich bin erst dran Okay, sag Esse Mein Corny Auf Hallo Mein Name Ist Pferd Pferd Ist Dein Name Pferd Pferd Gestern War Mein Handy Namens Alfred Kaputt Weil Dein Pferd Darüber Gehottelt War Deshalb Mag Ich Keine Ananas Mehr Weil Dein Handy Kaputt Ist Obwohl Emin Gestern Noch Siegreich Hundefutter Gegessen Hat Und Steve Königlich Gepupst Daniel hat Was gemacht? Hat Kokst Und Nutten Ist Was Was Halt 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 Emin Geht Nach Hause Punkt Weil Er Kacken Muss Denn Er Hat Große Verstampfung Hallo Leute Auf jeden Fall Wir sind Jetzt Zuhause Ich Bin Komplett Kaputt Wir Waren Heute Beim Training Ich Bin Komplett Kaputt Ich Bin Zuhause Ich Konnte Jetzt Heute Nicht So Viel Filmen Aber Ich Will Euch Natürlich Nicht Das Thema Des Videos Vorenthalten Beziehungsweise Möchte ich Das Noch Vollbringen Und Euch Zeigen Wie Es Ist Wenn Man Youtube Anfangen Möchte Und Das Fangen Wir Auch Direkt An Wir Nur Nur Eine Person Und Zwar Wir Brauchen Den Creator Alles Was Sich Um Filmmaking Geht Dreht Sich Alles Um Den Creator Wenn Wir Einen Creator Haben Brauchen Wir Nur Noch Kleinigkeiten Wir Brauchen Eine Kamera Wir Brauchen Ein Schnitt Programm Wir Eine Planung Und Wir Brauchen Spaß Der Creator Braucht Spaß Dafür Brauchen Wir Eine Kamera Und Das War's Wenn Wir Spaß Haben An Eine Sache Zum Beispiel Wie Zum Beispiel Bei mir Jetzt Das Breakdance Dann Macht Es Mir Spaß Und Wenn Ich Das Mit Kamera Verbinde Dann Ist Es Etwas Was Ich Fest Halte Quasi Den Spaß Den Ich Fest Halte Und Ist Immer Ganz Wichtig Der Creator Bist In Dem Sinne Du Da Oben Dann Ist Es Ganz Einfach Der Creator Ist Die Person Die Ihr Selber Seid Wenn Ihr Selber Etwas Machen Möchtet Auf Youtube Dann Braucht Ihr Nur Euch Ich Zeige Euch Jetzt Ein Beispiel Ihr Sucht Euch Also Euch Selbst Aus Fügt Hinzu Eine Idee Ja Das Kann Von Mir Aus Keine Ahnung Ein Schloss Sein Oder So Wo Ihr Hinfahrt Und Dann Das Ganze Filmt Ja Weil Vlogs Sind Auch Filmmaking Ihr Macht Quasi Einen Kleinen Kurzfilm Über Euer Leben Und Deswegen Idee Kamera Braucht Ihr Unbedingt So Eine Kamera Ja Braucht Ihr Unbedingt Eine Kamera Die So Teuer Ist Nein Braucht Ihr Nicht Es Reicht Schon Aus Wenn Ihr Ein Handy Habt Was Funktioniert Meins Funktioniert Leider Nicht Mehr So Gut Ja Fertig Ja Wenn Ihr Aus Zwischen Einem Handy Und Einem Gerät Was Nur Für Filmen Gedacht Ist Ändert Sich Sehr Wenig Und Hier Euer Handy Anfängt Ja Handy Dann Ist Die Legria Ungefähr Hier Die Anderen Kameras Sind Wieder Wenn Ihr Diese Kamera Habt Es Verändert Sich Rein Gar Nix Zum Einen Ist Es Fürs Auge Sehr Schlecht Erkennbar Ob Du Jetzt Die Hier Benutzt Oder Eine Teurere Kamera Benutzt Das Auge Ist Auch Das Wichtigste Was Wir Zum Filmen Brauchen Wir Müssen Irgendwo Durchsehen Müssen Irgendwo Hinsehen Das Sieht Jetzt Aus Wie Ein Illuminaten Auge Aber Das Ist Auf Jeden Ihr Könnt Euer Handy Nehmen Um Schnitt Programme Zu Downloaden Dafür Gibt Es iMovie Das Könnt Ihr Runter Laden Im App Store Zum Beispiel Es Gibt Sonder Pro Auch Für Android Also So Ähnliche Programme Wenigstens Und Damit Könnt Ihr Eure Schnitte Machen Was Immer Ganz Wichtig Ist Das Wichtigste Ist Auf Jeden Fall Der Creator Der Creator Ist Der Wichtigste Standpunkt Im Selbst Bist Der Creator Der Das Ganze Erschafft Du Erschaffst Deine Eigene Fantasie Zum Leben Selbst Wenn Ihr Denkt Ihr Habt Ein Langweiliges Leben Fangt An Zu Filmen Macht Was Drauf Es Wird Trotzdem Interessant Immer Ganz Wichtig Creator Kamera Idee Schnitt Das Das War's Und Ihr Habt Euren YouTube Channel Ihr Habt Jetzt Kurz Gesehen Was Man Braucht Um YouTube Zu Machen Mehr Braucht Ihr Eigentlich Nicht Das Ist Nur Der Creator Die Idee Die Kamera Und Der Schnitt Mehr Braucht Ihr Nicht Es Ist So Einfach Ein Video Zu Machen Und Man Kann Das Mit Jedem Handy Mit Jedem Handy Könnt Ihr Im Handy Alles Machen Das Reicht Aus Wenn Ihr Noch Mehr Zusätzliches Braucht Dann Guckt Im Internet Unter Amazon Oder So Ich Verlinke Euch Mal Unten Ein Paar Mikrofone Billige Günstige Mikrofone Die Ihr Auch An Euer Handy Tun Könnt Und Ich Sage Dann Weil Heute Sowieso Nichts Mehr Passiert Peace Out I'm Out Das Ist Eigentlich Cool Peace Out I'm Out Peace Out Bis zum nächsten Mal.